Wir gehen gerade ins Paradise Valley und ich bin sehr geschwitzt. Wir sind im Paradise Valley angekommen und hier kann man Cliffjumping machen und ich überlege gerade ehrlich, ob ich das machen soll oder nicht, weil ich der größte Schisser bin, was Höhe angeht. Ich habe panische Höhenangst, aber I don't know, eigentlich habe ich ja gesagt, ich mache den ganzen Kram hier nur aus Spaß, aber irgendwie bringt mich das immer dazu, dass ich Sachen mache, die ich sonst nicht machen würde. Ja, also... Ich will die Nervenkitzel. Das ist so rutschig hier. Das ist schon fucking gut. Das Problem ist immer, wenn so kleine Kinder vor einem springen, dann ist es fällt. Ich habe so Schiss, holy shit. Willst du zuerst springen? Dann geht's erst mal. Dann geht's los. Komm, dann geht's los. Ich will die Nervenkitzel. Ich habe schon alle zusammen mit der Nervenkitzel. Ich habe schon mal die Nervenkitzel gesprungen. Ich will das nicht. Dann geht's los. 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 Ich weiß nicht, was mich geritten hat, aber wir gehen jetzt los. Ich habe es geschafft, aber ich habe es geschafft, als Erster offensichtlich. Und ja, jetzt geht es hier diesen tollen Weg weiter, der kein Weg ist. Ja, also mehr und mehr möchte ich auch gar nicht in meinem Urlaub erleben. Also, das reicht mir jetzt. Also, macht Spaß. Aber, ja. Hättet ihr mich vor auch nur ein paar Stunden gefragt, ob ich jemals eine 25 Meter hohe Felswand hochklettern würde. Hätte ich langesagt. Ich dachte mal kurz, ich habe die anderen verloren, weil ich den Hut gesteigert habe. Dann habe ich nicht. Glaube ich. Hoffe ich nicht. Hey, na, lasst den marokkanischen Dschungel. Dschungel. Na. Oh ja. Jetzt gleich jetzt endlich was zu essen. Ich habe so fucking Hunger. Und ich muss die Kammer wegschulen, weil sonst lege ich mich jetzt auf die Fresse. Ich kenne mich. Ich kenne mich.